Dankeschön! Es waren auch heute wieder in der Stadt über 300 Leute mit dabei. Ein ganz herzliches Dank an euch, an die Polizei, an die Anspar-Polizei, die uns begleitet hat. Und allen frohe und gesegnete Ostern. Genießt das wunderschöne Wetter, sobald ihr könnt. Und bis spätestens nächstes Jahr. Danke! Vielen Dank!